Ich dachte, ich hätte alle auf meiner Seite, doch dann suchten die Leute ganz schnell das Weite. Sogar meine Liebste wendet sich von mir ab, nur weil ich meine Hose zerrissen hab. Als der große Larry kam mit seiner Muskelpracht, da hat Spongebob sich zum Depp gemacht. Sogar Sandy hält ihn für nem Psychopath, weil er seine Hose zerrissen hat. Ein ungewöhnlich kalter Wind weht um den Po, ich bin lächerlich und schäm mich so. Also schnell den Rücken an die Wand gedreht und hier bleib ich bis die Sonne untergeht. Amen. Amen. Amen.